Hallo bei eGroupware. Im heutigen Tutorial gibt es ein paar praktische Tipps und Erklärungen zur Nutzung des Dateimanagers. Zunächst zur Benutzung allgemein. Der Dateimanager befindet sich wie alle Anwendungen in der Menüleiste auf der linken Seite. Durch Anklicken legen Sie ihn zu den oberen Tabs. Auf der linken Seite liegen ganz oben Ihre Favoriten und darunter das Dateimanager-Menü, mit dem Sie schnell zwischen verschiedenen Verzeichnissen wechseln können. Unter Pfad sehen Sie immer, in welchem Verzeichnis Sie gerade sind. Mit der Pfeiltaste gelangen Sie in der Ordnerstruktur eine Ebene nach oben, mit dem House-Button in Ihr Heimverzeichnis. Mit dem Pfeil neben den Ordnern können Sie die Ordner öffnen und sich so den ganzen Dateibaum mit den Unterverzeichnissen anzeigen lassen. Auch über einen Doppelklick gelangen Sie direkt in den jeweiligen Ordner. In den Buttons rechts oben finden Sie Bearbeitungswerkzeuge für Ihre Dateien und Ordner. Hier können Sie Dateien zum Beispiel bearbeiten, Zugriffsrechte ändern oder neue Verzeichnisse anlegen. Außerdem liegt hier der Button, mit dem Sie die jeweilige Datei versenden. Auch ein Rechtsklick auf ein Verzeichnis öffnet das Kontextmenü und damit verschiedene Bearbeitungsoptionen. Die Ansicht des Dateimanagers können Sie mit dem Button rechts neben der Pfadangabe ändern. Hier stehen Listen und Kachelansicht zur Verfügung. Bilder bzw. Fotos werden so auch als Miniaturvorschau angezeigt. In der Kachelansicht von Bildern bekommen Sie den Dateinamen angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über die Abbildungen bewegen. Bei Textdokumenten ist der Dateiname immer eingeblendet. Ein Doppelklick auf die Miniaturvorschau eines Fotos öffnet den Vollbildmodus und zeigt damit alle Bilder des Verzeichnisses in groß an. Um eine Datei von meinem Rechner hochzuladen, ziehe ich die Datei einfach per Drag & Drop an die gewünschte Stelle. Umgekehrt ist dies mit Chrome als Browser auch möglich. Ich wähle die Datei aus und halte Alt und Shift gedrückt, während ich die Datei auf meinen Desktop ziehe. Verwenden Sie einen Mac, drücken Sie Command und Shift. Wollen Sie eine Datei innerhalb der E-Groupware von einem in den anderen Ordner verschieben, funktioniert dies genauso schnell und einfach per Drag & Drop. Ab Version 14.2 ist es mit der E-Share-Option möglich, Dateien auch für Personen freizugeben, die E-Groupware nicht verwenden und diese außerdem nicht nur als Anhang zu verschicken, sondern direkt einen Link zu einem temporären Verzeichnis zu verschicken, das auf dem E-Groupware-Server extra hierfür erstellt wird. Der erste Weg zum File-Sharing ist, über das Kontextmenü auf Datei Versenden zu klicken und dann entweder einen Link zur entsprechenden Datei zu verschicken oder eine Freigabe zum Lesen oder auch Bearbeiten des Verzeichnisses zu übermitteln. Eine neue E-Mail mit dem Link wird geöffnet und Sie können einstellen, wie lange der Link gültig ist und ob der Empfänger das Verzeichnis lesen oder auch editieren darf. Wenn Sie möchten, legen Sie für noch mehr Sicherheit zusätzlich ein Passwort fest. Im Dateimanager-Menü links haben Sie unter Freigegebene Dateien immer einen Überblick über all Ihre Freigaben und können diese auch verwalten. Eine andere Möglichkeit, Dateien und Ordner über E-Groupware zu teilen, ist eine neue Mail zu öffnen und dann den Freigabelink einzufügen. Im unteren Bereich wählen Sie dann, wie Sie die Datei freigeben möchten. Beim E-Sharing haben Sie immer die Wahl, eine lokal auf Ihrem Rechner gespeicherte Datei freizugeben oder Dateien aus dem E-Groupware-Dateimanager. Unser Tipp? Bei kleineren Datenmengen und wenigen Empfängern verschicken Sie problemlos die Dateien selbst. Bei größeren Dateien, Ordnern oder mehreren Empfängern nutzen Sie die Links. So machen Sie große Datenmengen auch externen Nutzern schnell und einfach zugänglich. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren und empfehlen auch unsere anderen Tutorials.